und gleich jetzt ich auch ja du lachen du läppchen doch einen hafensommer reichen ja ja ich habe vierhunderttausende leitung drin braucht ihr aber auch ja ich brauche die auch wegen meinen streams damit die halbwegs vernünftig laufen jetzt habe ich schätze dass ich mag es nicht überrennt auch geile ich heile ich wollte das habe ich nur für die truppe hier gemacht und danach nicht einmal kurz den kopf hergetreten hier kannst du mich an die scheiß aber diese posten augen wischen so habe ich mir das jetzt gerade nicht vorgestellt ich bin auf video ja einmal bade spaß in tokyo die folgen wenn heißen wie die ich weiß es noch nicht wie ich dann denke die folge so zu ändern ja was hat scheiß wetter hier geil ist das geil wenn ihr boden liegt wenn ihr boden immer noch einfach drauf tritt ja der ist tot hier habe ich habe ich obwohl wird gemessert das machst du aber auch wahrscheinlich nur auf diesen niedrigen stufen alter was ist das hier ja voll die metzelorgie hier da kriegt man ja nasse füße vor aber alle Au! Boah! Was kommt da denn genau? Au! Au! Einer? Ganz viele! Echt? Ich hab' gesagt, das ist nicht so laut! Was? Nein? Hallo Kletter ist nicht! Schmutzig sein! Oh, dankeschön! Oh, dankeschön! Pulle, mit dem gelben Wagen Sehr gut! Ach, ich stehe das Treibstofflager Ich höre rein in den Hubschrauber Aufbauen Das kann ich gut denken Aua! Herzhaft jetzt Kommen gehalten und schieben wieder Aua! Schieben wieder mit Ich fühl's euch ein Leben weg Ich glaub' die Kollegen sind unzufrieden mit ihrem Job Ja, entschuldige! Ab von mir! Such doch nicht ne andere an, wenn ihr scheiße seid! Meiner! Ich hab' eine Explosivleitung Zack, zack! Eine Explosivleitung steht Dann nehm' ich nur die nächste Hier zwei Hier zwei So, nächstes Hau ab! Wir brauchen mehr Zeit Wir brauchen mehr Zeit Wunderbar Ja Wunderbar So, hier müssen wir uns reagieren und öffnen wir hoffen die uns gut erreichen da kommt was hochgelaufen das war romantik Aber kurz Hackfleisch gemacht. Ach verdammt wirklich. Telefon in zwei Sekunden, aber ich bin jetzt da. Kannst du mal einen auffüllen? Ja. Hm. Ach der hat noch einen Schuss oder was? Jetzt nicht genau. Ja, da haben wir gewissen. Alter, was geht ab bei denen, ja? Kommt her, ich messe euch alle. Halt den Schwarm auf die Sitz. Oh, ist der von uns? Nee. Irgendwie sowas, ja. Aber Pumms. Ohohohoho. Ohohohoho. Ohohohohoho. Das ist alles klar. Super, ich hätte ja so viel Schuss noch gehabt. Eine Minute 20 noch. Willkommen. Werfen Sie um? Ich bin nicht zu wohnen. Ich bin nicht zu wohnen, ich bin nicht zu wohnen. Ich bin nicht zu wohnen. Wann, wohnen Sie? W-W-W-W-W-W. W-W-W-W-W-W. So, jetzt werden wir jetzt unerwischt. Kannst du mal aufhören, während ihr mich heilt? Nein, scheiße, scheiße, wie? Das ist ein Messer, ein Messer durchgezogen. Ich habe den Schein umgebracht. Aus Versehen, so. So wenig wie bei The Division 1, die GDF, boah, Alter, die haben mich genervt irgendwann, wahrscheinlich nur noch im Weg und haben nichts getan. Im zweiten Teil war es wenigstens sinnvoller. Okay. Okay. So. Okay. Fängt wie geil. Ich hab auch keine Fehler. So. Zwischendurch fühlt sich einer. Fühlt sich mal so einer drauf. Ja. Dann schreit. Ja. 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 Ich hab nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde. Wir haben alles getan, was wir konnten. Das ist nicht vorbei. Wir werden zurück. Ja. Ja. Dann lauf ich auch so rum. Ja. 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 Jawohl. Oh, endlich. Alle Wochen fertig. Geil. Lölf hat's... Ich glaube, ich habe noch alles freigekauft, oder? Gut, für den nächsten Teil machen wir morgen.